Hallo, ich bin Annelies von Team NUSHU und wir sind der coolste Business Club in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das sagt zumindest die InStyle Deutschland. Wir vernetzen Frauen auf Augenhöhe, wir haben spannende und inspirierende Vorträge, Panel-Diskussionen und vor allen Dingen wollen wir das System verändern für mehr Chancengerechtigkeit. Wenn auch du Teil von Team NUSHU werden möchtest und mit uns an dieser wichtigen Mission arbeiten willst, dann melde dich jetzt bei uns an, fülle deinen Antrag aus und wenn es von beiden Seiten passt, dann wirst du auch schon bald ins Netzwerk eingeladen und wir führen dein Onboarding-Gespräch, das sogenannte Coffee-Date, bei dem du uns und ganz viele andere Frauen im Netzwerk direkt persönlich kennenlernst. Wir freuen uns auf dich!